ESPRESSO TV ESPRESSO TV ESPRESSO TV ESPRESSO TV ESPRESSO TV ESPRESSO TV Hi dear all ESPRESSO TV freaks, hi YouTube fans Once again here in Lindau, Leandro Wow, pleasure for me to be here, Markus Cool, cool, cool. Mein Superbarista-Teacher. Hier haben wir die Dottore. Und hier haben wir die Lata Art Spastik. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir haben zwei Griders, zwei verschiedene Blände. Wir haben bereits 16-17 Gramm. 16-17 Gramm. Ja, das ist perfekt. Okay, und kannst du etwas über die Blände erzählen? Ja. Wir wissen, was wir trinken. In termen von Arabica und Robusta, das ist 80% Arabica und 20% Robusta. Arabica und Robusta sind in der Mitte der Amerika, in der Südde der Amerika, und in der Indien. Hier. Die Farbe der Kreme ist sehr braun. Es ist typisch der Tradition des Espresso in Italien. Okay, ja. Und das ist ein sehr guter, typischer Espresso, Italien. Okay, cool. Hier in diesem anderen Blatt hast du 90% Arabica und 10% Robusta. Arabica, der Südde der Amerika, und Robusta, Afrika und Vietnam. Okay. Das ist ein bisschen süßes. Ja. Das ist ein bisschen süßes. Weil die Arabica hat, in der Karten, aber ein bisschen süßes. Okay, cool. Aber nicht süßes. Süßes ist es, wenn etwas falsch ist. Ja. Okay, ja. Das ist der Trick mit Arabica. Okay, und jetzt, ich glaube, wir starten. Two Filter Holders. Ja. Milk we prepared. Und jetzt, ja, es ist der Zeit zu gehen ein bisschen Backstage. Okay? Ich habe die perfekte Quantität für die Koffeinside Dott. Ja. Okay. Jetzt, ich clean die Filter. Putt weg die Milchchack. Ja. Das ist ein bisschen Flasch. Und jetzt, wir benutzen die sehr schöne Koffe von einer anderen Manufaktur. Ja. Das ist perfekt für die Latte Art. Ja. Warum? Weil, in der Latte Art, die kleine Koffe, ich mag nicht, weil die Bildung sind sehr, sehr klein. Und in der Training ist es ein bisschen schwieriger für die Barista. Ja. Die Extraction ist in 27. Okay. Es ist okay? Ja. 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 Ich habe die Farbe aus dem Koffeinside Dott. Ja. Ja. Ich habe die Koffeinside Dott. Ja. Ich habe die Koffeinside Dott. Warum? Die Koffeinside Dott. Ja. Ich habe die Koffeinside Dott. Ja. Die Koffeinside Dott. Ja. Die Koffeinside Dott. Die Koffeinside Dott. Ja. Die Koffeinside Dott. Die Koffeinside Dott. Die Koffeinside Dott. Die Koffeinside Dott. Ja. Die Koffeinside Dott. Die Koffeinside Dott. Die Koffeinside Dott. Ja. Die Koffeinside Dott. Ich habe die Koffeinside Dott. Ja. Ja. Ich habe die Koffeinside Dott. Das ist mein Favort. Die Koffeinside Dott. Ja. Ja. Ich denke, es könnte ein paar Tiere, nicht? Ja. Das ist ein Disco Espresso. Ja. 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 Das ist toll. Ja. Danke. Dann. Now, I broke the cream to the coffee, I mixed the coffee in the mix, one element, two elements, and stopped it. Now, I use the secret tool, and I have one bubble and two bubbles, and now the stick, one, two guys, the ice, and the mount of bear, look of that, Markus, you like it? Super cool, also the naso, huh? Once, two dip, and one bear. Oh, wow. This is a easy latte art. Yeah. It's very cool. And you prepare another two for me now. Okay, okay, shit, I knew there was something going wrong, but okay, so first of all, I do a flush, here and here, and now I insert the filter. Holder, and I do now manual mode, here again the cups. This cream is a little bit more brown, so I think it's the 80-20 blend. Yes, I think so. Yeah, and here we have the time running, and of course we can do in parallel also the foaming. I do now another technique, the lazy bone technique, okay? Okay, but what is important here is to figure out when the milk is on the right spot, so when it's getting hot. Now, now it's getting hot, and then I stop, okay? That's the hands-free option in case you are a little bit in trouble in the bar, and then you have to perform a little bit more speedy, okay? Okay, so now here, I also break the cream, and now I try, okay? Yes. I try to first a little bit inside. Now mix. Yes. And now I put the jug here on the cup. Yes, inside. One barbell. Yes. Two barbell. Now three barbell. Slowly, slowly, slowly. Yeah. Okay, we do another one, this was my first attempt, and now comes the second attempt, okay? Okay, because I have one espresso to share, still here, okay? Again, temperature, also according to the sound, should be not too loud, and when it gets hot, I should stop. Here, clean again. Now, second attempt, okay? Break the creamer. It's always difficult to do alone, because when you're alone, yeah, you need to have some self-confidence to do that, okay? But it's no problem, hold it a little bit like this. So, one. Now I mix, okay? Yes. This is now first semester level, okay? What do you see here? Now the element. Yeah. And now, here? One. Two. Three. And close. Wow, yeah, closing was not perfect. Like this. Okay. So, slowly, slowly, it's an approach, and tulip is not so easy, but what I want to show you is the principle, okay? So, therefore, we still have a little bit of time, and I really want to say thank you, Leandro. Thank you, Marcus. Thank you, guys. Thank you, Dias. And please, please excuse my imperfectness, but that's life, okay? Well, what shall I say? There are barista champions and lot of art champions, and I'd just like to show that it's also be done with joy and ease, okay? Never forget this, okay? All the best. Thank you, guys. Ciao. Ciao.